Mein Name ist Jassim Brunhardt. Ich darf bei der Stadt Zürich Entsorgung und Recycling meine Lehre absolvieren zum Strassentransportfachmann. Diese mache ich bei der Entsorgungslogistik und bin momentan im dritten Lehrjahr. Zu meinen Tätigkeiten gehören vor allem Abfall zu holen und fachgemäss zu entsorgen. Das passiert meistens im Auftrag der in der Stadt liegenden Pflegezentren. Ich heiße Tino Caprez, mache Lehre als Recyclingist EFZ, bin im zweiten Lehrjahr und meine Tätigkeiten als Recyclingist sind, dass ich PET aussortiere oder Metall und jedenfalls noch Kunden berate. Schlussendlich mache ich uns Abfall mit Geld. Mein Name ist Alejandro. Ich bin im ersten Lehrjahr als Endreserungstechnolog in Nerde Zürich und meine Tätigkeiten sind Spülen, Saugen und Unterhaltung von Kanalen.